So, liebe Freunde, ich darf euch recht herzlich begrüßen hier auf der Nordfriesischmarsch Map-Version 2.5. Ja, ich habe hier angedroht, sie lädt im Hintergrund runter und ja, 2.5 ist fertig gedownloadet, deswegen ja, Felder sehen auch fertig gewachsen aus. Im Depot ist noch Riesennachfrage von oh Mensch, was war es? Hopfen, genau, Depot 2.246. Ja, und wir stellen hier einfach mal schön den Helfer auf der Seite ein. Und haben hier schön Rogge. Oder Roggen. Genau, äh, bei 2.5 Checkalaka Genau, hier So, hier unten Speiseöl und Diesel auf der Map ist dazugekommen im Grunde. Äh, also Speiseölproduktion quasi, die dabei gekommen ist. Das Palettenlager wurde meines Wissens nach erweitert. Äh, ja, am Hof ist hier noch ein bisschen wohl was dazugekommen. Äh, ja hier, Heizkraftwerk ist ein bisschen gewichen. Da kam die Kartoffelfabrik dann dazu. Aber das, äh, interessierte uns bisher ja eigentlich nicht. Deswegen wird es uns auch erstmal so, ja, schon interessieren, dass es da ist. Aber nicht weiter irgendwie stören, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt gezielt jetzt darauf gehen, weil das ist ein neues Feature. Weil wir stehen am Anfang, oder ich stehe am Anfang und deswegen ist das leider so, dass es für mich jetzt für den Anfang leider schwerer gemacht wurde. Also Dieselproduktion geht nur noch mit Speiseöl in Kombination. Also, ich brauche Paletten, also muss ich in den Wald. Und, 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 und. Aber ich finde diese Neuerungen nicht schlecht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, lieber, äh, Modder, Mapbauer, äh, ich spiele diese Map gerne. So, den gliedern wir jetzt wieder hier ein. Ja, übrigens, äh, alles ohne Gräben. Ich hatte keinen Bock mehr auf Gräben. So. 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 Sehr schön, der baut mir hier eine, eine astreine Kante rein. Das ist super. Das ist spitze, das ist klasse. Oh, ätter, ätter kann ich dann dementsprechend hier mal loslaufen lassen. Der findet dann dementsprechend auch seinen Weg. Und den hier nehmen wir uns jetzt mal mit. Und gucken mal, dass wir den kleinen Mäderischer abtanken können. Oh, der blinkt schon. Wir bleiben jetzt einfach mal hier auf der Straße stehen. Auch wenn ich Autos blockiere. Okay. So. So. Okay. So. So. Okay. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, komm Dann machen wir Etze hier auch gleich leer Auch wenn der quasi noch nicht viel hat ZDF, 2020 Nee, den anderen holen wir uns jetzt hier auf dem langen Stück erst wieder Ja, 60% erst Trotzdem fangen wir uns den auf dem langen Stück Ja, 50% erst wieder 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 hier auf dem langen Stück Ja, 50% erst wieder auf dem langen Stück So. Der ist leer. Okay, der blinkt schon. Komm, Kollege, da vorne. Mach jetzt keinen Blödsinn. Dann fahre ich ständig. Alter Schwede. Der war jetzt ziemlich voll. So. Kippen wir das mal eben ab. Kippen wir das mal. Kippen wir das mal. Kippen wir das mal. Ach komm. Oh. Oh. Nö. So. So. So, 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 so. Okay. Okay. So, so, so. So. So, der ist leer. Ich stelle mich aber heute ein bisschen bräsig an, Leute. Und das Gespann ist halt ziemlich lang. Und das Gespann ist halt ziemlich lang. Ja, B hat auch Kornchunk voll, okay. So, Punktlandung, der ist leer. So, Punktlandung, der ist leer. So, Punktlandung, der ist leer. Das geht echt fix hier mit dem... Mit dem Abtanken und alles. So, Punktlandung. Okay. Okay. So, ja liebe Leute, aber wir sind heute dann durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eure Unterstützung via Daumen nach oben freuen. Bis dahin. Euer P-Freak. Ciao, ciao.